Ne, ich kann nicht ins Inventory, du bist zu... Ach, schade. Ne, geht doch nicht, oder? Jetzt durchtrennen. Das erste Boot. Ich bin schon wieder abgebrochen. Das ist einfach nicht drauf. Ja, drinnen. Komm! Kannst du schießen oder so? Ne. Geht schon relativ. Ich meine, wir fahren ja gegen den Strom, ich weiß nicht, ob das was macht, aber ich kann es mir vorstellen. Ja. Was war das? Was war was? Irgendwie... ...das ist ja immer so scheiße, also da irgendwas, das vorbeifliegt immer die ganze Zeit. Was? Wo? Da schießt keiner auf uns. Ne, ist alles easy und flüssig. Hm. Ah, die Wellen sehen schon viel viel geiler aus als das Wasser hier von den Seen. Ist das denn nicht unser Steg? Kannst du sagen, dass es ein anderer Fluss ist? Ein zweiter? Was war denn nach links? Ein Fluss? Ne, von Rocky Ripple gibt es nur den einen Fluss direkt nach Norden. Ne, ne, ja, ja, von Rocky Ripple aus, aber es gibt... Ah, wir können die Kurve fahren, jetzt müsstest du... Ja, fahr weiter. Du müsstest zur Kurve kommen gleich, ja, ja. Du müsstest gerade aus diesem Zeitplatz dann kommen. Ja, ja, ja. Wenn der Sprit ausgeht, ich weiß nicht, wie lange der hält. Aber wir wissen es genau eigentlich schon wieder bei uns. Es kommt dann, kannst du so eine Kurve nach links in den nächsten Fluss reinfahren. Ja, siehste? Und das ist unser Fluss. Ja, da. Aber leg mal, wenn wir irgendwie dann... Lass es hier stehen, lass es hier stehen, lass es hier stehen. Lass es hier stehen. So? Ja, also jetzt können wir wieder reintreten. Also einfach unser eigenes Boot. Wo ist er? Ja, genau da drüben. Ja, ich weiß, da war auch, ich bin drüber geschwommen, da war da looten, da hab ich... auf dem Shufflepack gefunden, da waren die Zombie-Würfe dann. Und hier ist die Brücke. Und wenn wir es hier gerade aus weiterlaufen, kommen wir zu unserer Basis. Jetzt weiß ich auch, warum du den Weg vercheckt hast, wenn wir von einer ganz anderen Richtung kommen. Ja, ja, ich... Deswegen, ich hab drei verschiedene Schlüsse, ich hab sie durcheinander... Hup! Da ist unsere Welt. Dann schon mal, komm mit. Die Inventory-Box, wo bist du? Da, komm mit. Jetzt kann ich bei Tag, siehst du, ich hab's auch ein bisschen falsch gebaut, siehst du eigentlich von außen. Wenn du dich hier reingehst... Hier ist Blood-Pole. Na, rechts neben dir. Ja, ich seh so. Und da hinten dran habe ich die Kiste. Ja. Ja. Wir bräuchten halt echt irgendwie mal Blueprints für... die ähm, mit der Starch-Box. Zumindest mal. Ich kann ja auch das ganze Zeug hier wegwerfen. Ja, den Floor einpacken sollen da unten von denen. Werde ich hier oben draufpacken können, gleich weiß was ich meine. Egal. Aber ich mach noch ein bisschen uns craften jetzt hier. Wodka. Aber was willst du craften? Alter, ich hab nicht mehr zu essen. Doch, ich hab noch was dabei. Ich hab nix. Hä? 28% grad wieder. Ähm. Ich hab noch zwei Schusspistole. Ich hab den ganzen Loot einfach nur hier in die Basis reingeworfen. Weil wir es ansonsten eh nicht lagern können. Was hab ich? Ich hab den ganzen Loot einfach nur in die Basis reingeworfen jetzt. Ich mein. Was anderes können wir eh nicht machen groß. Wenn nicht genug Speicherplatz. Wir brauchen uns Crap Metal. Ah, deswegen komm ich mal durcheinander. Hier kommt's nicht zu der Brücke jetzt. Über die Brücke kommt man nach Woodhaven. Weißt du wo ich bin? Nee. Bin dann schon wieder weiter. Ja, ich bin auch einfach weitergelaufen. Ich bin jetzt an der großen Brücke. Ja, ich bin jetzt auf die Straße. Ich bin... Oh, bei unserem, wenn du rauskommst, äh, nach hinten durchgelaufen. Weiß was ich mein? Nein. Ich geh jetzt zum Wasserturm in die Richtung. Ah ja, okay. Sollen wir uns am Wasserturm treffen? Ja, machen wir mal. Ich hab da so einen humpelnden Herbert vor mir. Alter, Scrap Metal und ich bräuchte einfach nur... Ich hoffe, wir brauchen gleich zwei Scrap Metal. Na? Ich glaub, du bist gerade an mir rumgesprungen. Ja. Oder auch nicht. Hm. Ich bin in seinem weißen Haus. Relativ nah am Wasserturm, sag ich mal. Okay. Nicht wirklich nah. Wo bist du? Ja. Ich bin bei dir. Haha. 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 Ich war gerade rausgetappt und wollte ihm schreiben. Und dann hörst du einfach nur die Fußstapfen. Ja. Haha. Hm. Ich darf weniger afk sein. Hier geht's auch rüber zu einem anderen Haus, noch über dem Fluss. Zwei Häusern. Hier ist auch ein Steg. Ah ja, jetzt sind wir vorhin vorbeigefahren. Wo ich gefragt hatte das erstmal, ob das unser Steg ist. Was hast du schon durchsucht hier im Haus, gell? Wahrscheinlich auch nichts mehr wirklich, ne? Wo bist du? Ich glaub, ich hab nicht richtig geschaut. Ich bin weitergelaufen hier über dem Fluss. Hier sind auch noch zwei Häuser. Das Fluss, wenn ich aus dem weißen Haus rauskomme, zur Straße laufe, in welche Richtung? Wasserturm. Das siehst du. So krank dich. Warte. Warte. Na ja, da könnte vielleicht ungeiles Gewehr draufliegen und so. Hm. Ah, da, genau da gegenüber hab ich den Shuffle weggefunden. Bist du grad rüber geschwommen? Naja, aber ich seh dich. Bin genau gegenüber von dir. Ja. Und da unten hab ich... Äh, wo? Hast du mich immer noch nicht gesehen? Ne. Aber ich seh dich eh nicht, weil das Schwimmen irgendwie scheiße ist. Wenn du rüber kommst, links ist ein rotes Haus. Da geh ich grad rein. Oh, okay. Ich hab hier unten, äh, da hab ich nen Shuffle back letztens gefunden. Hier liegt Benzin, nehm ich jetzt erstmal mit. Ich hab hier grad mein ganzes Inventar leer gemacht. Das wo wir das Boot haben. Ja, hier liegt normaler Rucksack. Das wär das gut mit Mario an. Ja. Hey, ich hab Dogfood. Das ist doch genau das Richtige für dich. Du schmutziger Hund. Peaches, Gin. Und da ist noch ein Headshot. Ähm... Eigentlich müssen wir hier eigentlich lohnt sich ich es ja gar nicht. Wir haben das als Scrab Metal eingefahren oder? Ja, und zum Scrab Metal musst du mal mal Dings testen. Ähm... Hier, Spitzhacken. Ähm, hast du mal... Ich tappe das mal kurz raus, how to craft scrap metal, äh, fine, scrap metal. Okay. Ouh. Gah. Crap. Warum kann er nicht einfach das sein? Ja, toll, der hat schon alles. Ach, fick dich, man. Nö. Ah, okay, ich hab keinen Bock grad. Oh, no. Es geht mir schon wieder auf den Sack, weißt du, so hier irgendwie, äh, will wissen, wie ich scrap metal krieg und dann kommt dann irgendwie schon ne Fertig.